Was ist das, was wir jetzt hier finden und was wir hier zusammenbauen können für die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche? Die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems, vom Standbild Daniels, davon, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht, die Kenntnis von Gal, von dem König des Südens, dass der König des Südens die Provokation beginnt für diese ganzen Endzeitauseinandersetzungen, die sind notwendig dafür, um das jetzt zu verstehen, was wir hier zusammenbauen und zusammenfinden aus den einzelnen Bibelstellen, die wir jetzt bisher in den vergangenen Clips kennengelernt haben. Wir kommen dadurch darauf, dass die 1150 Tage, respektive 2300 Abende und Morgen, und die 150 Tage aus den fünf Monaten in der fünften Posaune zusammengeführt werden können und innerhalb der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche zu einem neuen Stichtag führen. Das bedeutet also, dass wir jetzt innerhalb der Endzeitgeschichte Gottes drei Stichtage haben, nämlich den Tag der Entrückung, den Tag der Tempelweihe, der erneuten Weihe des Tempels in Jerusalem und den Tag 1335, dann nämlich, wenn Jesus Christus wiederkommt und an dem Tag, an dem dann auch die Nationen im Kidrontal gesammelt werden. Ich glaube, das wird interessant und ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm war der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es ging ein Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines großen Ofens. Und es war verfinster die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigten das Gras auf Erden, noch ein Grünes, noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern sie quälten fünf Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Kriege bereitet sind, und auf ihrem Haupt wie Kronen, dem Golde gleich, und der Antlitz gleich der Menschenantlitz. Und hatten Haare wie Weiberhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel wie das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze gleich den Skorpionen, und es waren Stacheln an ihren Schwänzen. Und ihre Macht war zu beschädigen die Menschen fünf Monate lang. Und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, das Name heißt auf Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Ein Wehe ist dahin, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach dem. Die fünfte Posaune gehört mit der sechsten und der siebten Posaune zu den Weherufen in der Offenbarung. Warum? Weil die letzten drei Posaunen noch zukünftig sind. Außerdem enthält die fünfte Posaune nicht die Formulierung der dritte Teil. Das ist ein Hinweis darauf, dass es sich hier nicht mehr um das Israel Gottes, sondern um das Reich des Antichristen und seines falschen Propheten handelt. Mit der fünften Posaune beginnt also ein neuer, endzeitlicher Zyklus. Außerdem ist diese Posaune von den ersten vier durch einen Weheruf abgesetzt, denn zwischen der vierten und der fünften Posaune fliegt ein Engel, oder andere übersetzen ein Adler durch den Himmel, und sagt mit großer Stimme, weh, 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 denen, die auf Erden wohnen, vor den anderen Stimmen der Posaunen der drei Engel, die noch posaunen sollen. Nach diesem Weheruf folgt die fünfte Posaune als das erste Wehe. Nach der fünften Posaune steht folgerichtig in Offenbarung 9, Vers 12, ein Wehe ist dahin, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach dem. Dann kommt die sechste Posaune, die in Offenbarung 11, Vers 14 ebenfalls als ein Wehe beschrieben wird. Das andere, das zweite Wehe, ist dahin, siehe, das dritte Wehe, die siebte Posaune, kommt schnell. Danach posaunt dann der siebte Engel, und das dritte Wehe kommt in Form der siebten Posaune. Haben wir in den ersten vier Posaunen lediglich Aussagen gesehen, die für uns heute bereits Vergangenheit sind, so beginnt mit der fünften Posaune erstmals in den Posaunengerichten eine prophetische Schau der Zukunft. Diese Posaune redet prophetisch verschlüsselt von der hochokkult geprägten Herrschaft des Antichristen und insbesondere des falschen Propheten in Jerusalem während der ersten fünf Monate der zweiten Hälfte der siebzigsten Jahrwoche. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es ging ein Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines großen Ofens. Und es ward verfinster die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigten das Gras auf Erden, noch ein Grünes, noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern sie quälten fünf Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Kriege bereitet sind. Und auf ihrem Haupt wie Kronen, dem Golde gleich, und der Antlitz gleich der Menschenantlitz. Und hatten Haare wie Weiberhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel, wie das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze gleich den Skorpionen, und es waren Stacheln an ihren Schwänzen. Und ihre Macht war zu beschädigen die Menschen fünf Monate lang. Und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Das Name heißt auf Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Ein Wehe ist dahin, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach dem. Es handelt sich hier um eine Zeit, die derart finster ist, dass die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie scheint durch den hochokulten falschen Propheten und finsteren Geistern und Dämonen geprägt zu sein, die der Teufel auf die Menschen loslässt. Die Formulierungen, die innerhalb der fünften Posaune zur Beschreibung dieser schrecklichen Zeit verwendet werden, müssen wir in enger Verbindung zu Joel sehen. Denn Joel beschreibt detailliert ganz außerordentliche Heuschreckenarten, die sowohl auf natürliche Heuschrecken als auch auf eine irdische Armee als auch auf Dämonen schließen lässt. Der Stern vom Himmel, der Satan, öffnet den Abgrund und Heuschrecken, Dämonen kommen hervor. Sie verfinstern die Sonne und die Luft, denn ihr Herrschaftsbereich ist zwischen Himmel und Erde in der Luft, wie Paulus das auch im Epheserbrief beschreibt. Dass die Sonne verfinstert wird, ist ein Bild darauf, dass Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, nicht mehr zu finden sein wird. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Sonne ein Bild auf Christus, der Mond ein Bild auf Jerusalem und die Sterne ein Bild auf Judah und insbesondere Ephraim ist. Dazu später mehr. Die Herrschaft des falschen Propheten wird derart okkult sein, dass im Reich des Antichristen kein geistliches Licht aus der Ewigkeit mehr scheinen wird. Die Menschen, die dem Antichristen anheimgefallen sind und sein Mahlzeichen angenommen haben, suchen den Tod und er wird vor ihnen fliehen, denn sie haben weder im irdischen noch im himmlischen Leben eine Zuflucht. Dieses Bild der Heuschrecken steht für Dämonen und alle die, die des Satans Kinder sind. Der Dienst der Heuschrecken ist ein äußerst seltsamer, denn sie schädigen nicht Gras oder Grünes oder Bäume, sondern allein die Menschen, und zwar solche, die nicht das Siegel Gottes auf ihren Stirnen tragen. Diejenigen, die das Siegel Gottes in Jesus Christus auf ihren Stirnen tragen, werden bewahrt werden. Das ist ein großer Trost und eine wichtige Verheißung für uns. Diese Dämonen können Christen nichts anhaben, denn sie werden bewahrt. Wenn es innerhalb der ersten Posaune nicht um Waldsterben, sondern um Menschen ging, müssen wir diese Sichtweise auch hier beibehalten. Bei dem Gras und den Bäumen in der fünften Posaune geht es sinnbildlich ebenfalls um Menschen, die von den Heuschrecken gematert werden. Es sind die Menschen, die im Reich des Antichristen leben und nicht an Jesus Christus glauben, also nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen tragen, denn sie tragen das Mahlzeichen des Tieres. Es ward ihnen, den Heuschrecken gesagt, nicht das Gras auf Erden, noch ein Grünes, noch einen Baum zu beschädigen, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen, das ist der Geist Gottes, wie in Epheser 1, Vers 13 steht. Die Heuschrecken sind nicht Rosse, sondern sie gleichen ihnen lediglich. Es geht nicht um einen echten irdischen Krieg, sondern um den fünfmonatigen Hexensabbat im Reich des Antichristen unter der Regie seines falschen Propheten, denn er übt die Herrschaft des Antichristen aus. Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner gleich wie ein Lamm und redete wie ein Drache, und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm. Die Heuschrecken sind lediglich den Rossen gleich. Sie tragen keine wirklichen Kronen, sondern nur etwas wie goldene Kronen. Sie beherrschen den Luftraum, wie Paulus auch in Epheser 6, Vers 12 schreibt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herrschern der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ihr Antlitz gleicht dem der Menschen. Dieses Bild ist nicht leicht zu verstehen. Lesen wir zunächst den Propheten Daniel. Nebukadnezar wurde sieben Zeiten lang zu einem Tier und fraß Gras wie ein Ochse, bis er dem Gott des Himmels wieder Ehre gab. Erst danach kam er wieder zur Vernunft und zu seinen königlichen Ehren. Nebukadnezar erlebte also eine Art alttestamentlicher Bekehrung zu Gott. Erst durch diese Bekehrung wurde Nebukadnezar vom Tier wieder zum Mensch. Daniel 7 berichtet von der Vision Daniels von den vier Weltreichen, die als Raubtiere dargestellt werden. Von dem babylonischen Löwen wird berichtet, dass ihm seine zwei Flügel ausgerauft wurden und er wie ein Mensch auf zwei Füße zu stehen kommt und ihm ein menschliches Herz gegeben wird. Es ist ein Bild der Bekehrung Nebukadnezars von den Göttern der Heiden zu dem einen Gott Israels. Ohne Gott gleicht der Mensch den unvernünftigen Tieren. Judas schreibt in Kapitel 1, Vers 10, was sie aber natürlich erkennen wie die unvernünftigen Tiere, darin verderben sie. Zum Menschen im bildlichen Sinn wird der Mensch erst durch den Glauben an Gott bzw. im gegenwärtigen Zeitalter an den Herrn Jesus Christus. Aber zurück zur fünften Posaune. Das Antlitz der Heuschrecken in unserem Textabschnitt gleicht dem der Menschen nur. Die Heuschrecken gleichen zwar äußerlich den wahrhaft Gläubigen, tatsächlich sind sie dämonisch Besessene, die die Menschen während der in der Bibel beschriebenen fünfmonatigen Phase in Jerusalem und im Reich des Antichristen schrecklich quälen. Was für eine dunkle und okkult belastete Zeit. Sie haben Haare wie Frauenhaare. Das mag ein Hinweis auf das dämonische Wesen der Heuschrecken sein, die aus dem Abgrund kommen. Denken wir nur an das Weib Isabel in Offenbarung 2, Vers 20 und 1. Könige 19, Vers 2 folgende, die als ein Bild für das Böse steht. Erinnern wir uns an Eva, von der gesagt wird, dass sie in Übertretung fiel und die Sünde in die Welt einführte. Die Gottlosigkeit in Zacharja 5, Vers 8 schließlich, erscheint in Form einer Frau. Die Bibel benutzt das Bild des Weiblichen oft, um das Widergöttliche darzustellen. Pardon an alle Frauen hier, aber es ist halt so in der Bibel. Es ist ein Bild. Diese Dämonen haben Zähne wie die Löwen. Sie zerreißen und zerfleischen alles, was an geistlichem Wachstum vorhanden ist. Sie haben Panzer wie eiserne Panzer. Sie sind unangreifbar. Schutz gegen sie bietet nur das Blut Jesu Christi und der Glaube an ihn. Sie haben Schwänze gleich den Skorpionen und Stacheln. Mit diesen Stacheln stechen diese Wesen alle, die nicht unter dem Schutz Jesu Christi stehen, so wie in 4. Mose 21 das Volk von dem Schlangengift starb, wenn sie nicht auf die ehrende Schlange schauten. Sie sind allesamt gerüstet zum Kampf mit Panzern wie eiserne Panzer und schließlich ist der Satan der Herrscher über sie alle. Diese fünfte Posaune redet also von der finstersten Zeit, die die Welt jemals gesehen hat und sehen wird. Sie beschreibt in drastischen Worten die geistliche Ausprägung dieser zutiefst okkulten und teuflisch geprägten fünfmonatigen Phase, in der der Teufel durch den Antichristen und insbesondere seinen falschen Propheten die Menschen so unglaublich quält, dass, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, kein Mensch selig werden würde. Denn diese Phase dauert nur fünf Monate, wie wir gesehen haben. Damit endet die fünfte Posaune. Zwischen der fünften und der sechsten Posaune geschieht folgendes. Nach fünf Monaten kommt der König des Südens, greift Jerusalem an und erobert die Stadt. Das steht in Daniel 11, Vers 40 und am Ende wird sich der König gegen Mittag mit ihm messen. Damit ist die grausame Herrschaft des Antichristen und seines falschen Propheten unterbrochen. Vielleicht ist das die kleine Hilfe, von der in Daniel 11 steht. Und wenn sie so fallen, wird ihnen eine kleine Hilfe geschehen, aber viele werden sich zu ihnen tun betrüglich. Es dauert nicht lange und der Antichrist zieht wieder den König des Südens. Davon steht in Daniel 11, Vers 40b. Und der König gegen Mitternacht, das ist der Antichrist, wird gegen ihn stürmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen und wird in das werte Land fallen, das ist Israel, und viele werden umkommen. Der Antichrist zieht also wieder den König des Südens und erobert die Stadt Jerusalem zurück. Dann macht er sich auf seinen Weg, um Ägypten und Nordafrika zu erobern. Auf diesem Feldzug hört er gegen Ende der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche Gerüchte von Norden und von Osten. Davon steht in Daniel 11, Vers 44, es wird ihn aber ein Geschrei erschrecken oder Gerüchte erschrecken von Morgen und Mitternacht, also von Osten und von Norden, und er wird mit großem Grimm ausziehen, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Das, was sich jetzt anschließt, nämlich die Schlacht von Hamageddon, ist Inhalt der sechsten Posaune. In der sechsten Posaune nun geht es wirklich um einen Krieg. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des riesigen Volkes war viel tausendmal tausend. Und ich hörte ihre Zahl. Und also sah ich die Rosse im Gesicht, und die darauf saßen, dass sie hatten feurige und bläuliche und schwefelige Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihrem Munde ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde, und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich, und hatten Häupter, und mit denselben taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können, und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Hurerei und Dieberei. Johannes sieht jetzt nicht etwas wie Rosse, sondern er sieht Rosse. Es ist Feuer, Rauch und Schwefel, der aus dem Mund der Rosse geht. Die sechste Posaune berichtet von einem viele Millionen großen Heer, das sich vom Wasserstrom Euphrat aus aufmacht. Dieses Gebiet entspricht dem heutigen Irak, Iran. Aber die Bibel kann man nicht mit der aktuellen Weltpolitik auslegen. Das ist schon immer schief gegangen. Besser ist es, das Alte Testament auf ähnliche Strukturen zu durchforschen, und auch hier finden wir wieder in Jesaja 7 eine Parallele. Oben haben wir bereits gesagt, dass sich antike Strukturen in der Endzeit wiederholen. Das ist auch hier der Fall. Zur Zeit des Königs Ahas versuchte, wie schon besprochen, eine Koalition aus Syrien und dem Nordreich Israels im Syro-Ephraimitischen Krieg Judah und Jerusalem zu erobern. Nachdem der Syro-Ephraimitische Krieg gegen Judah und Jerusalem nicht zum Erfolg geführt hat, brachen die Assyrer nach Süden auf und eroberten alle Länder. Nur Judah und Jerusalem blieben übrig. Eine sehr ähnliche politische Entwicklung zeichnet die sechste Posaune für die Endzeit. Es kommt dann also erneut eine politische Struktur, die schon im Alten Testament beschrieben wurde. Sie ist nichts Neues. Vom Euphrat macht sich ein riesiges Heer auf, um in Nordisrael und in Syrien einzufallen. Dieses Heer wird sich in der Ebene Megiddo lagern, wo die große Schlacht gegen den Antichristen in Hamageddon stattfinden soll. Das ist es, wenn die sechste Posaune davon spricht, dass sich vom Euphrat aus ein riesiges Heer aufmacht, um den dritten Teil der Menschen, nämlich Israeliten, zu töten. Denn dieses Heer kämpft gegen das Reich des Antichristen, zu dem Nordisrael hinzugehört, während der Antichrist auf seinem Feldzug in Nordafrika ist. Es ist äußerst interessant, wie der Pulverdampf umschrieben wird, der bei modernem Kriegsgerät entsteht, wenn Johannes in Vers 17 schreibt, dass die auf den Rossen feurige, bläuliche und schweflige Panzer tragen. Im folgenden Vers wird beschrieben, dass aus den Mäulern der Rosse Feuer, vergleiche feurig, Rauch, vergleiche bläulich, und Schwefel, vergleiche schweflige, gehen. Schieß- oder Schwarzpulver zum Abfeuern von Geschützen wurde aber erst ca. 1000 Jahre später von den Chinesen erfunden. Johannes kannte zu seiner Zeit lediglich Schwert und Bogen, bzw. die Steinschleudern der Römer. Feuerwaffen gab es zu seiner Zeit noch nicht. Hätte es eine bessere Umschreibung dieser modernen Waffen geben können, als die hier gewählte? Warum aber ist diese endzeitliche, wirkliche Schlacht nur für Israel und nicht auch für die Gemeinde zu sehen? Oder vielleicht für alle Nationen, nämlich für die ganze Welt? Weil innerhalb der sechsten Posaune wieder zweimal der dritte Teil auftaucht. So ergibt sich hier wieder die Zahlenkombination 12 und 2. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass die Zahl des riesigen Volkes, die gegen Israel zieht, vom Euphrat stammt. Hier handelt es sich um das von mir sogenannte Neo-Assyrische Großreich, das ganz genauso wie zur Zeit des Königs Ahas in Jesaja 7 in der Endzeit im Norden des Antichristlichen Reiches heranwächst und sich schließlich nach Süden in Richtung Israel und darüber hinaus ausdehnen will. Hiervon hatten wir bereits im Detail gesprochen. Aber es gibt noch einen Grund, warum im Zusammenhang mit dem riesigen Heer vom Euphrat in der sechsten Posaune der dritte Teil erneut zweimal erwähnt wird. Oben hatten wir ja gesagt, dass die Zwölf-und-zwei-Struktur mit den zwölf Stämmen Israels und mit den zwei Zeugen zu tun hat. Warum aber steht die sechste Posaune in so engem Zusammenhang mit den beiden Zeugen? Weil unmittelbar nach dieser Schlacht von Hamageddon am Tag 1290 die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, lebendig werden, auf ihre Füße treten und entrückt werden. Diese Ereignisse liegen zeitlich so eng zusammen, dass es nicht mehr als richtig ist, dass die sechste Posaune in engstem Zusammenhang mit den beiden Zeugen und deren Auferstehung bzw. deren Entrückung steht. Die Entrückung der beiden Zeugen ist so eindrücklich, dass die bis dahin lebendig gebliebenen Israeliten sich zu ihrem Gott bekehren und in die Stadt Jerusalem flüchten. Zu dieser Stadt Jerusalem zieht nach der Schlacht von Hamageddon das große Heer, das in Offenbarung 6 beschrieben ist, hinauf, um sie dem Erdboden gleich zu machen und diese aufrührerische Stadt endgültig zu vernichten. Es ist erstaunlich, wie exakt die Bibel hier ist und wie sich politische Strukturen, die die Bibel schon sehr früh gezeichnet hat, in der Endzeit erfüllen. Zusammenfassend können wir jetzt sehen, dass die ersten vier Posaunen von dem großen Gericht der Beiseitesetzung Israels handeln und zwar seit dessen Zerstreuung unter die Heidenvölker vor 2000 Jahren. Die fünfte Posaune berichtet über die fünfmonatige Schreckensherrschaft des falschen Propheten in Jerusalem und die sechste Posaune von der Schlacht in Hamageddon und die enge Verbindung zu den beiden Zeugen und deren Entrückung. Kommen wir jetzt zur siebten Posaune, die im Himmel stattfindet. Und der siebente Engel Posaunte und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Stühlen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und wahrest, dass du hast angenommen deine große Kraft und herrschest. Und die Heiden sind zornig geworden und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit der Toten zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen und zu verderben, die die Erde verderbt haben. Und der Tempel Gottes ward aufgetan im Himmel und die Lade seines Bundes ward im Himmel gesehen und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Zur Zeit der siebten Posaune wird das Geheimnis Gottes geoffenbart werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, verkündigt hat. Und das geschieht ganz offensichtlich im Himmel. Das Geheimnis Gottes, das offenbart wird, ist die Leibesgemeinde Jesu Christi. Erstaunlicherweise steht die siebte Posaune erst nach der Beschreibung der zwei Zeugen in Offenbarung 11. Eigentlich ist das nun nicht mehr unerwartet, sondern bestens nachvollziehbar und die absolut richtige Stelle, wenn wir uns ein solches Urteil über die Bibel überhaupt erlauben wollen. Denn erst wenn die beiden Zeugen ihren Dienst verrichtet haben, getötet und schließlich entrückt wurden, wird das Geheimnis Gottes offenbart werden, denn erst dann wird die Gemeinde Jesu Christi im Himmel vollständig sein und offenbart werden. Die sieben Posaunen stellen uns die Geschicke des alt- und neutestamentlichen Gottesfolges aus Israel vor Augen. Die Gemeinde aus den Nationen wird hier nicht explizit erwähnt. Im Gegensatz zu den sieben Siegeln, die von vor Grundlegung der Welt bis zur Wiederkunft Christi einen Bogen über die gesamte Welt und Heilsgeschichte Gottes spannen, zeigen uns die sieben Posaunen einen Ausschnitt der Heilsgeschichte Gottes speziell mit Israel. Wir sehen also hier, wie der Blick sich vom Allgemeinen auf das Besondere konzentriert. Innerhalb der sieben Schalengerichte wird das noch einmal besonders deutlich, denn dort ist dann von endzeitlichen Details die Rede, die noch gesondert Beachtung finden sollen. Ordnen wir nun noch die drei Stichtage ihren jeweiligen endzeitlichen Ereignissen zu. Insgesamt haben wir drei Stichtage, den Tag 1290, den Tag 1300 und den Tag 1335. In Offenbarung 8, Vers 13 steht, und ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit großer Stimme, weh, 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 denen, die auf Erden wohnen, vor den anderen Stimmen der Posaune der drei Engel, die noch posaunen sollen. Die drei Weherufe in der Offenbarung beinhalten folgende Ereignisse. Das erste Wehe spricht von der okkulten Schreckensherrschaft des falschen Propheten in Jerusalem für fünf Monate. Das zweite Wehe umfasst die Sammlung der Heere in Hamageddon, in Offenbarung 9, Vers 13 bis 21, die Rede der sieben Donner, die uns nicht überliefert ist, in Offenbarung 10, Vers 3 und 4, den Dienst, den Tod und die Auferstehung der beiden Zeugen, in Offenbarung 11, Vers 1 bis 12, die Entrückung, Offenbarung 11, Vers 12, und die Buße der Israeliten, also deren Umkehr zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, in Offenbarung 11, Vers 11, bei der Entrückung der beiden Zeugen. Das dritte Wehe, also die siebte Posaune, findet im Himmel statt und umfasst die Proklamation des Reiches Gottes und Christi, die Offenbarung des Geheimnisses Gottes und das kommende Gericht an den Völkern, die Jerusalem angegriffen haben. Der letzte Stichtag, den wir aus Daniel 12 kennen, ist der Tag 1335. Das ist der Tag, an dem Christus vom Himmel kommt und Jerusalem vom Antichristen befreit und sein eigenes, ewiges Friedensreich aufrichtet. Es ist also das letzte Ereignis vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reichs und somit dem letzten Stichtag zuzuordnen. Ein weiterer Stichtag ist der Tag 1300, den wir aus den 2300 Abenden und Morgen abgeleitet haben. Er ist der Tag der Weihe des Tempels. Diese Weihe geschieht, wenn Jerusalem zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs um Hilfe und Rettung schreit. Es sind die Israeliten, die bei der Entrückung dem Gott des Himmels Ehre gegeben haben. Davon steht in Offenbarung 11, Vers 11 und 13. Nach Jerusalem geflüchtet sind, um sich dort von dem heranziehenden Antichristen zu verschanzen und die Hilfe Gottes herbeisehnen. Dann bleibt für den Tag 1290 nur noch das Ereignis der Entrückung. Alle anderen Tage und Ereignisse ergeben sich mittelbar aus dieser Zuordnung, so zum Beispiel die ersten 150 Tage der Schreckensherrschaft des falschen Propheten in Jerusalem und der Angriff des Königs des Südens auf Jerusalem nach diesen 150 Tagen. Damit finden wir die ersten beiden Stichtage innerhalb der zweiten Wehe und den letzten Stichtag innerhalb der dritten Wehe. Fand die fünfte Posaune noch am Anfang der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche statt, erschallt die sechste Posaune an deren Ende und unmittelbar auf diese folgt dann die siebte, denn das dritte Wehe kommt schnell. Denn die sechste Posaune spricht von der Schlacht in Hamageddon, die am 1290. Tag durch die Entrückung unterbrochen wird. Und die siebte Posaune spricht von dem himmlischen Gericht Jesu Christi an den Völkern am Tag 1335. Zwischen der sechsten und der siebten Posaune liegen also nur 45 Tage. Das ist tatsächlich schnell. In der siebten Posaune sprechen große Stimmen im Himmel, dass das Reich unseres Herrn und seines Christus geworden ist und dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit regieren wird. Der allmächtige Gott hat seine Macht angenommen und herrscht. Die Zeit seines Zorns ist gekommen, die Zeit die Toten zu richten, den Knechten ihren Lohn zu geben und die zu verderben, die die Erde verderbt haben. Die siebte Posaune spricht von der Vollendung, denn jetzt wird das Geheimnis vollendet, das Gott seinen Knechten den Propheten offenbart hat. Dieses Geheimnis ist die Bundeslade im himmlischen Tempel. Denn die Bundeslade ist ein Bild auf Christus und seine Gemeinde. Ihr Deckel war aus einem Stück Gold gefertigt, aber ihr Korpus war aus Holz und nur vergoldet. Das heißt, Christus ist das Haupt aus Gold und der Leib der Bundeslade, der Korpus ist aus Holz, das sind wir. Aber wenn wir unter Christus sind, sind, wenn wir mit ihm vereint sind, dann bildet die Gemeinde Jesu und ihr Herr die Bundeslade Gottes. Das ist auch der Grund dafür, dass für uns der Weg ins Allerheiligste geöffnet ist, denn dort stand im Tempel die Bundeslade und dort gehören wir hin. Damit wird auch besser verständlich, warum welche Gegenstände im Tempel standen. Die zwölf Schaubrote im Heiligtum sind ein Bild auf die Gemeinde Jesu aus den Juden und der siebenarmige Leuchter ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu aus den Nationen. Beide standen im Heiligtum. Das Allerheiligste aber wird erst in der Vollendung vollständig sein, dann, wenn Christus und seine Gemeinde vereint sind. Diese Vereinigung beschreibt die siebte Posaune damit, dass die Bundeslade im Tempel sichtbar wurde. Ihr goldener Sühnedeckel, aus einem einzigen Stück massivem Gold getrieben ist unser Herr Jesus Christus und der vergoldete hölzerne Korpus der Lade sind wir, die Gemeinde Jesu. Die Lade enthält die zehn Gebote, das Wort Gottes. Dieses Wort war Christus und dieses Wort trugen wir die ganze Zeit schon in uns. Deshalb sind wir der Bibel so eng verpflichtet in allem, was wir sagen und lehren. Das Geheimnis, das Gott seinen Knechten, den Propheten offenbart hat, ist die Bundeslade, die im Himmel wieder sichtbar wurde. Was für ein anbetungswürdiges Geheimnis! Ich war das, wer das ein anbetung, wie sie gehen, die im Himmel haben. Vielen Dank.